Ja und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077 Ich habe da gerade noch was entdeckt Einerseits hier oben gibt es eine Kiste Ich gerne holen möchte Komm schon Und dann gibt es hier noch ein Automat Wir haben ja zwar gerade ziemlich viel ausgegeben Habe ich aus Versehen bemerkt Aber ich würde kurz schauen was es hier so gibt Archer Heavlen Quattro Oh das ist ein Batmobil 70.000 75.000 Ich bin ja eher so der Ähm SUV Typ Oder Pickup SUV Typ Und steht jetzt nichts hier so auf Ultra coole schnelle Sportwagen Auch wenn die hier gut aussehen aber die sind am besten teuer Und 30.000 wäre da noch was 21.000 in Smart Mein, 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 P 1, 2, 6 Wie du siehst ist alles besser Mit Anjali-Kazetik Du kannst jemanden sein Die Korte ist wie 5000 Velo Sieht auch schön aus Und so ein Van Und noch ein anderes Motorrad Ja ich... Ne ich bin mir da noch zu unsicher Was ist denn das jetzt? Okay ich lasse euch mal in Ruhe Tschüss Da gibt's noch was Mann da kann man sicher auch rein Okay Glaub ihm mal dein Geld ist Geht sicherlich klar Oder Wahrscheinlich nichts dagegen Und dann nehmen wir hier Mal das Auto Und schauen was wir heute so machen SOS Söldner gesucht NCPT Haben wir gerade gemacht Zwei, drei Stück Verhebt dich zur Kapelle Over the edge Da müssen wir bloß was abholen Beat on the bread, noob Ja das Over the edge Könnten wir eigentlich machen Könnten wir eigentlich machen Ist ja bloß was abzuholen Ist ja bloß was abzuholen Oder Elisabeth Perales Ja So viele Sachen Oh Mann Dynamisch Mission Beat on the bread Nebenmission Okay no Nope Viel zu weit Nebenmission Aufträge Aufträge Den ich gleich in den Schlagzeilen Auftauchen gefallen Einfache Aufgaben Und zufällige Begegnungen Ripper Dog Hol dir deine Belohnung Im Ripper Dog Inventar Von Case Usry Das Klinik ab Das könnten wir machen Hätten wir den Auftrag weg Von der Karte The Tune Up The Element HQ I Fought the Law Elisabeth Perales Ich glaub es ist die Frau vom Bürgermeister Ich bin grad nicht so sicher Und Ich hab's vorhin noch gesehen Judy hat uns geschrieben Hey Wie läuft's wie? Hast du schon diese Voodoo Boys gefunden? Noch nicht Kann mir vorstellen Kann ich mir vorstellen Pass auf dich auf okay? Ich will nicht dass dir auch sowas passiert wie Eve Wie geht's Eve denn besser? Unverändert Sie ist irgendwo in ihrem Kopf gefangen Es muss die Hölle sein für sie Sorry ich muss los Bis dann Dann rufe ich sie mal an Hey V Oh Before I forget Some lady called me Elizabeth something Said she had a job for someone with an eye for virtues Told her to drop you a line Told her to drop you a line Wie ist das Ich hab's lieber hier zu hören Ich hab's lieber hier zu hören Ich hab's lieber hier zu hören Es ist nichts neues Wie ist das denn? Ich hab's lieber hier zu hören Ich muss mich noch mal schauen. Mies, ich hab irgendwie gelesen, dass es einen Wiesereck geben, wenn man Checker anglobt. Aber irgendwie funktioniert es bei mir nicht. Oh shit, wollte ich nicht, Quatsch, Pasta, sorry. Mh, noch mal was. Okay, Alknex, Neues. Dann... Mehr der Stout, vielleicht. Nix. Und dann würde ich einfach noch zum Schluss Elisabeth Perales anrufen. Der wir ja auch spät drehen sollen. Hier hat auch nichts zu sagen. Hm. Stimmt, was ist eigentlich mit dem Job aus von Kirk geworden? Was ist denn? Small man, big mouth, das ist immer noch da. Könnten wir vielleicht trotzdem mal anschauen. Weil sonst wird ja das nie ähm... Aus uns gehen. Shit, wieder ein paar Spass. Nie aus unserem Inventar weggehen. Ich glaube, dass niemand was mir jetzt zu suchen. Ich glaube, dass niemand was mir jetzt zu suchen. Hier links gäbe es nach Pallen zum Kaufen. Wer bist du? Nix zu sagen, ich hab dir den Arsch gerettet. Und dich interessiert's nen Scheiß. Naja, danke für die Waffe. Naja. Naja, ich glaube, das ist etwas weird. Naja. Naja, hier müssen wir hin. Naja. Naja. In die Rebordok Klinik. kurz schauen, wie es hier was gibt sieht ich nach allzu viel aus hey na hallo hier wahrscheinlich muss ich mit dem Risch sprechen irgendwas sollst du da für mich haben aber was war es nochmal äh na gut ich setz mich gleich wieder hin ich setz mich gleich wieder hin ich setz mich gleich wieder hin, kleinen aber was ist denn die Belohnung boomt das Geschäft mit ihr kann ich nicht sprechen mit ihm auch nicht hier auch nicht eigentlich zeigt das Symbol hier hin das ist noch ein Kind hello hallo ja gut bisschen doof ne ich weiß ja nicht mehr was die Belohnung ist schau ich mal vielleicht gibt es irgendwas was gratis ist weg da musste ich grad niesen ähm gibt es irgendwas was gratis ist ich meine Belohnung sollte doch gratis sein oder nicht gut wir könnten Kategorie 4 einbauen aber kostet 46.000 und Oracle Kiroshi Optik ich glaube das ist neu ja ich baue jetzt grad nix ein ich würde warten bis wir Kategorie 4 haben ah das wäre für die Smart Waffen das ist gratis no ich will es ja gar nicht einbauen no jetzt muss ich wieder vor allem was hatte ich ich glaube das das oder das no was hatte ich jetzt da drin das wäre für die Smart Waffen damit man zielen kann ich habe es angepasst entweder das oder das ich nehme jetzt das einfach nochmal würde vorerst hier nix aufwerten oder so weiter aber vielleicht eben handeln könnten wir noch kurz schauen haben wir irgendwas interessantes ich habe das in kurz habe ich diese ich ganz kurz Aber wir wissen zumindest, dass man hier diese Implantate bekommt. Und ich habe es jetzt auch gekauft. Danke für nichts. Na ja, gut. Und dann haben wir das halt. Der Auftrag. Das war übrigens immer noch von der ersten Mission mit Sender. Amster, ich habe dich nicht mal berührt. Was für eine Scheiße. Ich habe da nicht mal berührt, den Typen. Ich verstecke mich mal kurz hier hinten. Ich habe viel an. Ich habe ich nicht mehr Geld, ich bin schon in der Straße nicht mehr gegangen. Ich habe alle Uner in der hier, Einladen wird erwärzt. All Uner in derato, die Beezer vor стало. Ich habe alle Uner ausgestalten, um zurück zur Stelle zurückzuhalten zu sein. Was man nicht so alles findet, wenn man sich verstecken muss. Dann haben wir zumindest das mal weg von der Karte, Kleptomanie. Hier solltest du etwas für den Auftrag überstehlen. Wir könnten jetzt die Zeichen machen und dann das hier. Dann wären wir so in einer Linie und das wäre ganz okay. Schätze ich mal. Ah, aber... Das machen wir erst in der nächsten Folge von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.